Musik 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 Ja, mir geht's gut, Teddy. Wir sind in der letzten Folge in dieses Rohr reingegangen. Das ist eine gute Frage, Teddy. Ich weiß es auch nicht. Es ist irgendwo weit unten, wie es aussieht. Ich hab echt keine Ahnung. Hier kommt mehr, Teddy. Diese Röhre, die war merkwürdig. Hier ist ein Haus. Okay. Ein Spielhaus? Was ist das hier? Ist es geschlossen? Ich kann es aus dem Inneren öffnen, wenn du mir helfen kannst. Ja. Ja. Und, kannst du es öffnen? Und, kannst du es öffnen? Teddy? Oh, ja. Wow, schau an das Platz. Ach, du Heiliger. Spielplatz. Wald. Wegen der Hütte. Wegen der Hütte. Schau. Da ist es wieder. Es klingt, wie es kommt von hinter dieser Tür. Ja. Es muss eine Möglichkeit geben, es zu öffnen. Es scheint, dass diese irgendwie verbunden sind. Ja, ne? Es ist irgendwie verbunden. Entstelle ich hier rein. Warte mal doch nicht. Es braucht einen Schlüssel. Ist es etwas, das wir nutzen können? So etwas wie das hier? Oh, ja. Okay, das nimmt er. Tür zu. Okay. Ich freue mich echt, was jetzt passiert. Also, das können wir erst noch kurz umgucken. Eine Kiste, da ist nichts drin. Und da ist auch nicht irgendwas. Okay, gut. Dann würde ich sagen, drehen wir mal das Rad. Ah. 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 Buttons. Buttons? Oh, Buttons. Was ist passiert? Warum hat es nicht eröffnet? Vielleicht müssen wir beide auf der gleichen Zeit pressen. Das ist es. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es scheint, dass die Erinnerung, die du mit dir verholt hast, hat die Tür geschlossen. Vielleicht... Wenn wir mehr Erinnerungen finden können, dann könnte es uns zu ihr bringen. Es scheint, dass wir drei weitere Teile brauchen. Drei weitere Parts. Also, heute im zweiten Part holen wir das zweite Item. Okay. Kommt, Teddy. Ich weiß nicht, wo es jetzt hingehen wird. Ich bin echt gespannt, Leute. Oh, gut. Das Geräusch klingt nicht so gut. Ich will da nicht runter. Au. Wo sind wir? Das ist ein bisschen schaukel. Ist sehr merkwürdig. Okay. Was ist das hier? Eine... Eine Eule. Guck mal. Uh. Wer ist das? Das sieht ein bisschen aus. Mami? Ich höre Mami. Ah. Okay. Es wird ja noch richtig spannend hier. Über da. Es sieht nach wie eine andere Erinnerung durch diesen Brich. Oh ja. Seht ihr da hinten? Es ist so eine Spur. Wie komme ich denn hier runter? Ah da hinten? Oh ja. Oh, noch eine Runde. Oh, noch eine Runde. schon gott was sie doch ganz in ordnung anscheinend hier wir müssen 1 1 2 3 4 noch finden wahrscheinlich die befürchtung wir versuchen da jetzt hochzukommen dass das ding ja okay es gibt um das heißt wir müssen ein paar eulen suchen der erste führte ziel hin interessant was ist hier noch eine eule schuss wir müssen Sei vorsichtig. Wo sind sie denn? Aber sie haben irgendwo ein Nesk? aha jetzt gehen wir auch in die kiste warum bewegt sich der schaukelpferd das ist sehr unheimlich die auf kiste bitte ich will hier so schnell wie wirklich weg ja auch komm ja ein bild noch eine rolle von 3 ja ja ich glaube ich muss es auf der rote ich dachte ich hätte hört schlag weiter da kommt jemand ich hoffe es auch das ist doch sehr eine falle ich will es gar nicht auszudenken irgendwas schleift da oben lang was bist du denn was ist das ach du scheiße okay ich bin jetzt ganz leise in der hoffnung dass mich der typ nicht bemerkt ach du scheiße ist das das ist aber auch echt gut gemacht von der atmosphäre her oh nein ich habe einen schock wieder teddy ich glaube wir haben sie geschafft oder ich glaube wir müssen hier ganz schnell hoch ach du scheiße kochen 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 ah jetzt hält uns das ding auch okay dann gehen wir mal auf den jungen rand tower die atmosphäre und die location allgemein ist schon geil kann man nichts gegen sagen aber auch hier drin alter es ist schon echt cool das ist schon echt cool so ein kleiner tower hier ich glaube da kommt gerade was das war gerade noch offen jetzt glaube ich in die hülle da unten verkrochen oh mein gott fahrrad was ist das bitte lasst das ding jetzt hier nicht umstürzen ja ich werde er kommt welchen was hinter mir ich hätte viel zahre komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon hier sind wir safe ah schon viel besser oh mein gott sieht das krippi aus das ist die spieluhr oh nein ich bin DJ Wettgamer oh nein der stütz zu mir nicht so lange läuft oh äh Oh, endlich. Wir müssen näher kommen. Ah, wir haben es wieder gemacht. Wir müssen einen Weg zur Sicherheit finden. Wir müssen einen Weg aus diesem Bisschen finden. Sie muss mich über dich beschäftigen. Aber keine Angst. Du und ich werden das alles zusammenarbeiten. Zusammen. Ja, sie klingt jetzt deutlicher. Was denkst du? Komm schon, wir haben keinen Zeitpunkt zu verlieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.